Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video. Ja, heute geht es um Social Swap. Ich wurde die letzten Wochen des Öfteren jetzt schon mal angeschrieben. Ich soll mir dieses Projekt mal angucken. Habe ich vorher, beziehungsweise nur mal so am laufenden Band immer mal wieder gehört, aber in den letzten Wochen hat es dann doch ein bisschen zugenommen, eure Nachfragen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, wir schauen uns dieses Projekt mal ein bisschen genauer an. Es ist ein Community-Projekt, was es glaube ich schon seit über zwei Jahren am Markt ist. Es läuft auch alles auf der Tron-Blockchain, sieht man hier auch gleich am Anfang. Get the best prices on Tron-Blockchain. Also es ist ein Swap, eine Dex, es ist alles mögliche dabei. Ihr könnt auch hier staken. Schauen wir uns jetzt alles gleich nochmal ein bisschen genauer an. Doch bevor wir starten, Freunde, wie immer, lasst dem Video doch gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signal-Gruppe joinen. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ich packe euch auch hier schon mal den Link zu Social Swap auch unten in die Videobeschreibung. Denn hier steht was Neues an oder was relativ Neues. Es gibt hier eine Lotterie. Und da habe ich mir gedacht, okay, das werden wir jetzt auch gleich mal im Video live austesten, wie das funktioniert, wann das immer ist und sowas. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ja, Social Swap. Schauen wir uns mal ganz kurz auf CoinMarketCap an. Wir sehen hier 1,7 Millionen MarketCap für einen Bärenmarkt, sage ich jetzt mal, hält sich dieses Projekt sehr, sehr gut. Also die letzten Wochen sehr, sehr wenig Bewegung. Klar, wir sprechen hier von einem Low Cap und sowas. Wenig Volumen momentan drauf. Aber da könnte sich einiges, eben jetzt durch diese Lotterie könnte da jetzt einiges dazukommen. Wichtig ist hier schon mal zu wissen, und zwar bevor wir jetzt hier eben auf diese Lotterie rüberkommen und generell uns mal Social Swap sowas im eigenen angucken. Ihr müsst dafür einen Tron Link Account haben. Das habe ich euch hier. Das kann ich euch auch gerne unten mal in die Dinge reinhauen, in die Videobeschreibung. Gibt es für iOS, gibt es für Google Play und es gibt eine Extension. Das heißt, ihr könnt euch das hier über Google Chrome dann rüberziehen. Das heißt, das ist auch kein Problem, wenn ihr MacBook oder Apple halt Besitzer seid. Funktioniert das auch alles hier. Legt euch eine Wallet an, tut eure Private Keys auf jeden Fall weg. Und dann habt ihr hier eine Wallet. Die müsst ihr dann einfach nur noch connecten. Und dann sieht es so aus wie bei mir. Wir machen das mal ganz kurz weg. Hier oben stehen dann eure TRX, eure Adresse und dann im Endeffekt die ganze Website. Und die werden wir uns jetzt eben mal ganz kurz angucken. Wir klicken mal hier auf Launch die App. Und da seht ihr auch schon, okay, was wird hier alles geboten. Ihr habt Staking, ihr könnt swappen natürlich. Alles hier möglich. Auch sehr, sehr gut aufgebaut, finde ich. Wir hatten ja schon mal, wie hieß es? Ach, keine Ahnung. Wir hatten ja schon mal eine andere Decks angeguckt. Gefällt mir hier diese, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, deutlich besser vom Aufbau. Wie gesagt, es ist ein Community-Projekt. Hier sind anscheinend auch in der Telegram-Gruppe, die ich euch auch dann natürlich noch in die Videobeschreibung reinhau, wöchentlich Calls dazu, was ich auch sehr, sehr gut finde. Vor allem, wenn es ein Community-getriebenes Projekt ist. Weil was bringt im Endeffekt so ein Community-getriebenes Projekt, wenn von den, ich sage jetzt mal, Foundern nichts zu sehen ist. Das heißt, hier finden wöchentlich auch in der Gruppe Calls statt zu dem Projekt, was gibt es Neues etc. pp. Und das Neue war halt eben jetzt diese Lotterie. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Gibt es, glaube ich, so wie ich, zumindest was ich so in Erfahrung gebracht habe, noch nicht wirklich oft, wenn überhaupt gar nicht wahrscheinlich. Und es ist eigentlich relativ easy. Hier gibt es auch noch ein PDF, das werde ich euch jetzt mal ganz kurz einblenden, wenn ich es noch ganz kurz finde. Wo habe ich es denn hingelegt? Mensch, da, so. So, jetzt rüberziehen damit. Das sind so die grundlegenden Infos. Lucky Hash nennt sich das ganze Lotterie. Allgemeine Infos, alle Lucky Hash-Preise zusammen belaufen sich auf aktuell 45.000 US-Dollar. Deswegen wird auch damit geworben, gewinnt einen ganzen Bitcoin. Passt auch ganz gut. Finden einmal die Woche am Mittwoch immer um 20 Uhr statt im Social Swap Update Call. Das habe ich eben gemeint. Jede Woche sind diese Calls und dort werden auch die Lotterielose dann im Endeffekt ausgewertet. Die Preise pro Ticket beträgt im Moment 1000 Social Swap Token. Oder ihr könnt diese ganzen Social, ihr könnt diese Lotterielose auch in TRX bezahlen. Deswegen werden wir das jetzt gleich machen. Werde ich euch gleich nochmal alles zeigen. Kriterien, um zu gewinnen. Im Endeffekt fast so wie, kann man so mit Spiel 77. Ich weiß nicht, wer von euch Lotto spielt, aber kann man so ein bisschen vergleichen. Wenn immer die ersten Zahlen, die gewinnen, sind dann wichtig. Ist die erste Zahl gleich falsch. Bringt es leider für die nächsten Ziffern leider gar nichts. Und ich glaube, das ist auch so bei, ich weiß nicht, Spiel 77 oder was weiß ich was. Vielleicht sind draußen ein paar mehr Lotto-Spieler. Naja, 100% der Erlöse aus den Ticketverkäufen geht direkt wieder zurück in den Lucky Hash Pool. Finde ich cool. Rollover-Preise, wenn nach jeder Runde niemand in einer Preisruppe gewinnt, gehen die beansprachten SSTs dieser Gruppe in die nächste Runde. Also hier wird auch nicht irgendwie, sag ich mal, verzockt, sondern hier wird alles in den nächsten Pool weitergeleitet. Man sieht es hier auch drüben. Matches First One, 2% und dann 3%, 5%, 10%, 20%, 40% und nochmal 20% Burn Pool. Finde ich auch cool, dass das dann geburnt wird. Dann nochmal diese 45.000 Dollar, die ihr hier insgesamt gewinnen könnt. Die Lucky Hash-Preise, Match All, wenn ihr alle sechs Richtige habt. Ein Bitcoin, eine Million SST, 40% des Hash-Pools in SST. Also finde ich ganz cool, deswegen habe ich mir gedacht, okay, wir probieren es gerne mal aus. Also die PDF kann ich euch auch privat vielleicht mal weiterleiten, wenn ihr da Bock drauf habt. Schreibt mich einfach privat an, ihr wisst, kann immer ein bisschen dauern, aber wenn, dann bin ich auf jeden Fall sofort verfügbar. Und ich habe mir gedacht, okay, wir testen es jetzt mal. Wie gesagt, wir haben unsere Wallet connected, deswegen gehen wir jetzt hier auf Buy Tickets. Geben hier ein Ticket ein oder komm, wir machen einfach mal zwei. Was soll der Geiz, wenn es funktioniert? So, machen wir zwei, wenn es funktioniert. So, jetzt aber. Nein, ich will. Mensch, das ist immer so dieser Vorführeffekt, wenn man hier mal was machen will. So, jetzt aber. Wir kaufen zwei Tickets, ähm, Buy with TRX. Dann muss ich hier noch bestätigen und funktioniert gerade nicht bei mir. Probieren wir es nochmal. So, ein Ticket. So, nochmal probieren. Buy with TRX. So, hat funktioniert. Wir haben ein Ticket gekauft. Warum die zwei? Ah, ich glaube, das ging ein bisschen zu schnell. Da steht sogar immer, es dauert immer eine Minute, bis ich das wieder aktualisiert. Das war ein bisschen zu schnell. Egal, wir kaufen jetzt ein Ticket. Dauert jetzt noch ganz kurz, bis das alles hinterlegt ist. Und dann schauen wir uns einfach mal an, wie das funktioniert. Ich habe noch nicht vorher das getestet. Deswegen dachte ich mir, okay, wir machen das live. Dann seht ihr wenigstens, was man eventuell falsch machen kann. Und was man hier nicht falsch machen kann. Deswegen testen wir das jetzt einfach mal aus. Wie gesagt, kann, wie gesagt, äh, bis zu einer Minute dauern, bis das Ganze hier confirmed ist. Jetzt sollte es eigentlich confirmed sein, wenn ich das jetzt richtig sehe. Zumindest ist das Zeichen oben weg. Wir warten hier jetzt auf jeden Fall. Do not leave the page. Also, schön auf der Seite draufbleiben. Aber nicht, dass wir hier in Spielsucht geraten, ne? Also, da immer ganz, wenn ihr irgendwie spielsüchtig seid oder sowas, dann bitte nicht. Das ist jetzt wirklich nur, könnt ihr jede Woche mal, äh, 5 T, also 5 T, Dollar reinhauen. Das sind 1000 SST, beziehungsweise TRX. Dann habt ihr ja gerade gesehen, waren es, glaube ich, ungefähr 60 oder 70 TRX. Warten wir noch ein bisschen ab. So, sign in to approve. Trigger smart contract. Sign. Confirm. Das ist es gerade auf meiner anderen. Und transaction confirmed successfully. So, wir haben jetzt hier das gekauft. Wir haben jetzt ein Lotterie los. Und wie gesagt, das wird jetzt dann abends ausgelost. Und da könnte ich eigentlich dann auch nochmal so ein kleines Update dann, äh, wir können es hier nochmal angucken. Trans transaction confirmed. Dauert noch ganz kurz. Aber ansonsten haben wir jetzt unser Ticket. Das kriegt ihr dann, wie gesagt, äh, bei euch zugelost, wenn ihr das dann, äh, hier oben drin seht. Wir sehen jetzt auch hier oben, okay, TRX, äh, sind jetzt nur noch 28 drinnen. Es wurden eben die jetzt mit Transaktionsgebühren abgebucht. Und jetzt haben wir unser Ticket. Das dauert jetzt, wie gesagt, auch noch ganz kurz, bis das hier aktualisiert ist, weil wir haben jetzt gerade das Ticket gekauft. Deswegen warten wir jetzt hier noch ein bisschen. Aber hier seht ihr dann bei Your Tickets, wenn ihr hier alles verknüpft habt, hier oben euer TRX-Link und alles. Und dann wird es heute, nee, morgen, heute kommt das Video am Dienstag online. Am Mittwoch um 20 Uhr könnt ihr dann, wie gesagt, in diese Telegram-Bube reingehen. Und dann schauen wir einfach mal, ob wir gewonnen haben. Ich finde das eigentlich ganz gut. Ähm, können wir auf jeden Fall, wie gesagt, öfters einfach mal ein kleines Update da lassen. Wie gesagt, die ganze Decks an sich finde ich auch sehr, sehr gut aufgebaut. Ich finde diese Lotterie, finde ich gut. Werde ich wahrscheinlich dann zukünftig sogar auch öfters mal nutzen, auch wegen dem kleinen Staking. So einfach mal nebenbei, sage ich mal, das ein bisschen aufzubauen. Also schaut euch gerne mal Social Swap ein bisschen genauer an. Ich finde es bombe, auch wie es aufgebaut ist, ist echt easy. Und ihr wisst, ich bin kein Meta-Mask-Fan oder sonstiger Fan, auch mit Web3 und sowas. Aber die Seite mit eben Staking, allem drum und dran, Decks, gefällt mir richtig gut. Das Einzige, was hier vielleicht zukünftig noch cool wäre, so eine richtige Trading-Seite. Das ist das Einzige. Klar, ihr könnt hier natürlich, wenn ihr hier oben auf Trade draufklickt, Simple Mode, Classic Mode und sowas, könnt ihr das natürlich hier in dem Swap oder Limit Orders und sowas machen. Ja, aber ich wünsche mir zukünftig von einer Decks noch irgendwie so ein komplettes Trading-Tutorial. Also sowas wie bei BingX oder sowas, dass ihr einfach im Endeffekt ganz normal traden könnt über eine Decks. Gibt es zwei Exchanges, aber die finde ich kacke. Muss ich ganz ehrlich sagen, da gefällt mir Social Swap momentan noch am besten. Gut, dann würde ich sagen, war es das auf jeden Fall schon wieder fürs heutige Video. Wie gesagt, ich packe euch alle Links unten rein und vielleicht haben wir morgen 45.000 Dollar gewonnen. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ja, wenn ihr es austesten wollt, ich schicke euch unten den Link rein und dann war es das von meiner Seite. Schaut es euch gerne nochmal an. Wie gesagt, wenn ihr hier spielsüchtig seid oder so, Finger weg, ich will euch hier nicht zur Spielsucht verleiten. Aber wie gesagt, wir testen das jetzt einfach mal aus und dann schauen wir auf jeden Fall weiter. Gut, dann würde ich sagen, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk-Gruppe reinkommen. Das war es von mir. Wir hören uns dann zum nächsten Video wieder, wahrscheinlich dann morgen. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay creative.